Nicht übel. Du kannst ganz gut Protorekombinieren. Hab schon schlechtere Ionenzellen-Dioxidation gesehen. Wenn das hinhaut, gehen die Drinks auf mich. Wenn die Drinks auf dich gehen, brauchst du eine zweite Hypothek auf deinen Turm. Ich bin Alkoholiker. Ich opiumsüchtig. Gut, okay, okay, bringt's zu Ende. Ihr seid das Letzte, eure Götter sind erlogen. Scheiß auf euch, scheiß auf die Natur und scheiß auf Feuer. Ja, ihr habt's geschafft. Hey, wie wär's jetzt mit dem Drink? Klar, ich hol nur schnell meinen Geldbeutel aus meinem Schiff. Oh, der liegt in deinem Schiff. Da ist doch auch der Transporter, also kommen wir lieber mit. Alles cool, dauert nur eine Sekunde. Weißt du, wie lang eine Sekunde im Mikroversum ist? Oh, schnell, Morty. Dieses Arschloch wird alles opfern, was ihm wichtig ist, um mich zu besiegen. Er ist der Psychopath. Morty, spring auf meinen Rücken. Wieso? Go, go, Sanchez-Archettenschie. Jetzt aber. Oh, hey, Leute, ich hab uns gerade ein Festmahl gekocht. Du Monster. Wow, schlimme Tour. Hey, ihr müsst euch austragen. Du bist unbedeutend, deine Existenz ist eine Lüge. Wenn das wirklich wahr ist, dann... Wo finde ich Ron Mendelsohn? Dritter Stock. Hätten Sie Lust, mit mir essen zu? Du hast dieses Universum erschaffen, aber ich lebe darin. Scheiße! Was sollen wir tun, Rick? Wir sind am Arsch. Er wird es zum Schiff schaffen, das Mikroversum zerstören und dann wird er uns töten. Schnell, Morty, verwandle dich in ein Auto. Was? Vor langer Zeit habe ich dir einen Chip unter die Haut implantiert, der die Nanobots in deiner Blutbahn deckt. Die strukturieren deine Anatomie in dein Auto um. Oh mein Gott. Konzentrier dich, Morty. Konzentrier dich und verwandle dich in ein Auto. Vergiss es, hier ist ein Taxi. Los, stark ein. Rick! Du hast die Schule verlassen, aber du musst noch einiges lernen. Unterricht beendet. Gott. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!